Der Hofmühl Bier-Yoga Adventskalender Und heute die Kopf-zur-Bier-Haltung. Dazu strecken wir ein Bein von uns, winkeln das andere an und beugen uns nach unten und nehmen die Bierflasche. Trinken einen Schluck. Und stellen sie wieder ab. Und trinken noch einen Schluck. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen Schluck. Bis die Flasche leer ist. Ho Ho Hofmühl. Genuss ist unser Bier.